Hallo Fußballfreunde und herzlich willkommen auf Kick-Off zur Bundesliga-Prognose für den 12. Spieltag. Die Fußball-Bundesliga ist ja in der aktuellen Saison so spektakulär wie vielleicht seit langem nicht mehr. Wir sehen Woche für Woche torreiche, enge Spiele. Wir haben sowohl unten in der Tabelle als auch oben Mannschaften sehr nah beieinander. Und deswegen freue ich mich nun, dass es wieder losgeht, dass die nächste Spielpause rum ist und wir natürlich jetzt auch mal auf den nächsten Spieltag drauf schauen. Am Freitagabend geht es los mit dem 1. FC Köln gegen Bayern München und am Samstag haben wir dann in der Konferenz am Nachmittag Dortmund gegen Gladbach und Jomberlin gegen Augsburg, Freiburg gegen Darmstadt, Wolfsburg gegen Leipzig sowie Bremen gegen Leverkusen. Das Topspiel der Woche, Anstoß um 8.30 Uhr haben wir in Frankfurt. Die SGE empfängt den VfB Stuttgart und am Sonntag spielt da noch Heidenheim gegen Bochum sowie Hoffenheim gegen Mainz. Das sind also die neuen Partien an diesem 12. Spieltag und wir gehen jetzt mal rein in meine Prognose. Gehen wir die ganze Geschichte wieder chronologisch an und starten somit am Freitagabend mit dem Spiel 1. FC Köln gegen FC Bayern München. Ich denke mal vor allem viele Bayern-Fans erinnern sich da sehr sehr gerne zurück an den 34. Spieltag, als der Jamal Musiala in Köln kurz vor Schluss das Siegtor zur Meisterschaft noch geschossen hat. Und daran erinnert man sich sicherlich sehr gerne zurück. Nun, ein halbes Jahr später ist vieles anders. Man duelliert sich zwar erneut um die Meisterschaft, ist auch erneut Tabellenzweiter, aber nicht hinter dem BVB, sondern hinter Bayer Leverkusen. Konzentrieren wird sich Bayern aber natürlich erstmal auf die eigene Leistung. Man kann am Freitag vorlegen, somit zumindest mal über Nacht Tabellenerster sein und damit natürlich auch den Druck auf die Werkself erhöhen. Bayern ist zu Gast in Köln und das war die letzten Jahre ja oftmals ein Spiel, wo der FCB eine wirklich gute Figur gemacht hat. Eine gute Figur hat man zumindest noch über weite Strecken vor der Länderspielpause gemacht gegen Heidenheim. Da gab es ja den 4 zu 2 Heimerfolg. Klar, auch da zwischendurch stand es aber noch einmal 2 zu 2. Hat man mal wieder gesehen, dass die Bayern defensiv, vor allem auch durch individuelle Patzer, immer wieder anfällig sind. Nach vorne, erst recht Harry Kane, Leroy Sané ist es aber so unglaublich stark, dass du eben auch dann mal zwei Gegentore wieder ohne große Probleme ausgleichen kannst. Gegen den FC ist natürlich der FC Bayern der klare Favorit. Ich glaube, darüber müssen wir nicht diskutieren. Diskutieren kann man aber sicherlich darüber, was denn jetzt für Köln spricht. Also wo liegt die Herangehensweise beim FC? Was ist drin? Wie geht man es an gegen die Bayern? Und da gilt natürlich erstmal eine Sache. Köln hat hier nichts zu verlieren. Also das klingt jetzt relativ einfach und klingt relativ logisch, aber es ist halt so. Der Druck ist dann eher bei den Bayern wirklich vor Leverkusen vorlegen zu können, vorlegen zu müssen. Beim FC ist sicherlich die Herangehensweise so, dass man eben nichts zu verlieren hat und damit aber auch umso mehr geben muss. Vor der Länderspielpause gab es bisher das 1 zu 1 beim VfL Bochum. Ich war ja selber im Stadion und das war dann schon über weite Strecken vor allem nach vorne von Köln deutlich zu wenig. Ich fand, man hatte eine gute Anfangsphase, hat die aber warum auch immer dann nicht nutzen können, um selber in Führung zu gehen. Dann lag man zurück, hat sich zumindest noch das 1 zu 1 erkämpft und diesen Punkt hat man mitgenommen. Damit ist man zwar immer noch auf einem direkten Abstiegsplatz mit Tabellenplatz 17, hat aber immerhin Platz 18 mal verlassen. Was aber umso wichtiger ist, man ist halt weiterhin auch nah dran an den anderen. Beispielsweise rettendes Ufer mit Platz 15 Darmstadt ist halt nur zwei Punkte weg. Gegen die Bayern wird sich aber auch dieser Abstand nicht verringern, denn ich bin mir sicher, dass der deutsche Rekordmeister in Köln gewinnen wird und das auch relativ deutlich mit 3 zu 0. Am Samstag Nachmittag findet ein Spiel statt, was meiner Meinung nach vor allem auch tabellarisch sehr interessant ist, auch spielerisch sehr interessant ist und ein Duell der beiden Borussias ist in der Bundesliga. Borussia Dortmund empfängt Borussia Mönchengladbach. Ein Spiel, was vor allem in Gladbach in den letzten Jahren immer wieder spektakulär war und wo es oftmals Gladbacher Siege war. Gab oder aber auch auf der anderen Seite ein Spiel, was meistens in Dortmund vom BVB entschieden wurde und meistens auch relativ deutlich. Also interessante Vorzeichen hier beim 5. gegen den 9. und beide wollen sicherlich nochmal ein paar Tabellenplätze gut machen im Laufe der Saison. Beim BVB läuft es ja aktuell mal wieder kritisch. Es ist eine Saison, die bislang mit sehr vielen Diskussionen begleitet ist. Es gab viel Lob für Terzic für seine Mannschaft nach dem Sieg zum Beispiel in Newcastle, auch nach dem Pokalerfolg gegen Hoffenheim haben viele gesagt, das war spielerisch wirklich mal gut. Ja und dann hat man die letzten drei Bundesligaspiele allesamt nicht gewinnen können. Erst gab es das wilde Unentschieden in Frankfurt, wo man vor allem auch in der ersten Halbzeit Glück gehabt hat, nicht höher zurückzuliegen. Dann gab es das Debakel gegen die Bayern, wo man vollkommen verdient mit 0 zu viel verloren hat. Und dann vor der Pause ja das 1 zu 2 gegen den VfB Stuttgart, wo man auch hätte viel, viel höher verlieren müssen. Also in Dortmund brennt dann mal wieder der Baum. Es gibt große Diskussionen rund um den Kader, rund um Edin Terzic, rund um die Spielweise. Und trotzdem ist man halt immer noch Fünfter, nur zwei Punkte weg vom Platz 4, nur drei Punkte weg vom Platz 3. Und wir wissen alle, wie schnell es geht, gewinnt Dortmund und jetzt holt sich ein Champions-League-Platz zurück. Dann ist eben auch dann alles wieder relativ gut und relativ erfolgreich. Trotzdem ist vor allem eben das Spielerische ein klarer Kritikpunkt, wo sich die Mannschaft nicht weiterentwickelt. Und nun kommt mit Borussia Mönchengladbach eine Mannschaft, die zwar auch noch in einer Phase steckt, wo man nicht so richtig weiß, in welche Richtung es geht. Aber zumindest mal unkonstant zeigt, was sie wirklich können. Unter anderem eben auch am letzten Spieltag. Denn da gab es ja zu Hause ein 4 zu 0 Erfolg gegen den VfB Wolfsburg. Das war der höchste Saisonsieg unter Gerardo Cejuane und natürlich damit auch der Sprung auf der Bellenplatz 9. Gladbach hat 13 Punkte auf dem Konto. Man ist zwar damit näher an Platz 16 als beispielsweise an Platz 5 mit dem BVB. Aber man orientiert sich sicherlich schon eher Richtung Platz 6, 7 vom Gefühl her zumindest mal aktuell. Somit hat Gladbach schon Selbstvertrauen getankt. Ich glaube nicht, dass der BVB hier irgendwie deutlich gewinnen wird, wie es oftmals in den Vorjahren so war. Aber wir haben halt hier wirklich zwei Mannschaften, die extrem schwer einzuschätzen sind. Denn beide haben unglaubliche Schwankungen in ihren Leistungen. Mal richtige Top-Duelle mit dabei. Da mal wieder auf der anderen Seite, wo sie beide nicht gut sind. Für den Neutralen-Zuschauer hier wäre es sicherlich wünschenswert, dass beide einen Top-Tag erwischen. Passiert das? Sehe ich Dortmund aber noch einen Ticken stärker und sage, der BVB gewinnt in einem torreichen Duell mit 3 zu 2. Bleiben wir am Samstagmittag und Samstagnachmittag, so ist es richtig, und gehen in die Hauptstadt. Dort empfängt Union Berlin den FC Augsburg. Und hier haben wir auf der einen Seite Abstiegskampf und auf der anderen Seite eine Mannschaft, die sie zumindest vorerst mal daraus befreit hat. Union, Abstiegskampf, Augsburg, Tabellen, Mittelfeld. Die Berliner sind ein großes Fragezeichen in der aktuellen Bundesliga-Saison. Ich kann mich noch ganz gut daran erinnern, als sie die ersten beiden Spiele gegen Darmstadt und Mainz jeweils mit 4 zu 1 gewonnen haben. Wo viele schon gesagt haben, ja, auch mit den neuen Transfers. Es ist nochmal ein anderes Union Berlin auf einem höheren Level. Ach, nun nach elf Spieltagen ist von diesem höheren Level rein gar nichts mehr zu sehen. Union Berlin ist raus aus der Champions League. Man hat in der Bundesliga seit den besagten zwei Siegen nichts mehr geholt. Alle Spiele danach verloren, neun an der Zahl. Unter anderem eben auch am letzten Spieltag gegen Leverkusen mit dem 0 zu 4. Und da war man klar unterlegen, hatte eben auch selber individuelle Böcke hinten drin. Und dann verlierst du halt gegen eine so starke Mannschaft logischerweise auch mal schnell so deutlich. Bei Union Berlin muss man sich sammeln. Vielleicht konnte man die Länderscheidpause dafür nutzen, irgendwas zu verändern. Ich bin auf jeden Fall überzeugt davon, dass Urs Fischer auch weiterhin der richtige Trainer für die Berliner ist. Ich glaube, es braucht einfach nur ein bisschen Zeit. Und diese Zeit kann vielleicht die Winterpause bringen, wenn du eben auch keine Dreifachbelastung mehr hast, um dich dann vollkommen auf die Bundesliga-Rückrunde vorzubereiten. Jetzt geht es erstmal darum, in diesem Abstiegskampf mit dabei zu bleiben, sozusagen genügend Punkte so zu holen, dass man nicht irgendwie abgeschlagen 18. ist, um den Super-GAU zu vermeiden. Problem ist natürlich dann die Fragestellung, ja, wann stoppt denn mal dieser krasse Negativlauf? Nun kommt mit dem FC Augsburg nämlich eine Mannschaft, die unter Jess Torrup als neuen Trainer noch ungeschlagen ist. Es gab zwei wichtige Auftaktsiege, es gab dann Unentschieden, unter anderem auch zuletzt gegen die TSG Hoffenheim. Und ich glaube, dort konnte man mit dem Punktgewinn auch extrem zufrieden sein. Augsburg hat sich auf Platz 10 vorgedribbelt, ist somit erstmal im gesicherten Mittelfeld etwas raus aus dem Abstiegskampf. Und das gibt einer solchen Mannschaft natürlich Selbstvertrauen. Wenn ich dann auch mal die beiden Teams miteinander vergleiche, finde ich, bei Augsburg ist immer noch echt interessant, dass die Mannschaft meiner Meinung nach extrem gute Individualisten hat. Und diese unter Enrico Maaßen 0,0 richtig eingesetzt worden sind, plus aber eben auch von der Mentalität, von der Herangehensweise eben auch funktionieren im Sinne von Ackern, Ackern, Ackern. Also Augsburg bringt schon sehr viel mit und ich habe ein Gefühl, dass ihre gute Serie weitergehen wird. Ich glaube nicht an Union Berlin, auch an diesem Spieltag wird es keinen Sieg geben, auch kein Unentschieden. Und Augsburg gewinnt an der alten Försterei mit 1 zu 0. Freiburg empfängt Darmstadt, auch das ist ein Duell am Samstagnachmittag zwischen dem 8. und dem 15. Beim Sportclub aus Freiburg läuft es aber bislang in dieser Saison durchaus souverän und solide. Ich finde, so kann man die Leistung auf jeden Fall beschreiben. Man ist jetzt nicht wie in der Vorsaison komplett oben mit dabei beim Kampf um die Champions League und um die Europa League. Man ist eher so hinter den Top 6, Top 7 der Liga die ganze Zeit unterwegs, aber somit auch in europäischer Nähe. Und wenn man den Sportclub kennt und ich glaube mittlerweile kennt ihn jeder aus der Bundesliga, aus Fußball Deutschland, dann weiß man, damit ist man auch erstmal extrem zufrieden. Freiburg macht einen guten Job, viele junge Spieler werden wieder integriert und natürlich kann es dann eben auch mal sein, dass ein paar Punkte liegen bleiben. Gegen Leipzig hat man zuletzt 1 zu 3 verloren, nachdem man auch durchaus, finde ich, das schwächere Team war. Das ging auch schon durchaus in Ordnung, diese Pleite, aber auch das wird Freiburg überhaupt nicht aus der Bahn werfen. Man empfängt nun Darmstadt, man weiß ganz genau, was dort für ein Gegner auf einen zukommt und ist für mich auf jeden Fall der Favorit. Die Lilien stehen ja aktuell über dem Strich auf Tabellenplatz 15, ist sicherlich ein Tabellenplatz, den sie auch gerne behalten würden. Zuletzt gab es ja ein sehr, sehr zähes 0 zu 0 gegen Mainz, wo man aber natürlich auch den Punkt dann ganz gerne mitgenommen hat. Punkt würde man sicherlich auch gerne in Freiburg holen, das passiert aber nicht, denn der Sportclub schlägt den Sportverein mit 2 zu 0. Schauen wir auf die Partie Wolfsburg gegen Leipzig. Es ist meiner Meinung nach ein Spiel, was vor allen Dingen auch fußballerisch auf beiden Seiten nur hohe individuelle Qualität mitbringt. Wir haben aber eben auch hier zwei Mannschaften, wo es aktuell nur eine Mannschaft wirklich zeigt und das ist RB Leipzig. Die haben sich nach einem etwas holprigen Start in Summe, so würde ich es mal beschreiben, die letzten Spiele wieder deutlich stabilisiert und damit auch Punkte geholt. Man hat jetzt erstmal Tabellenplatz 4 zurück mit den 23 Punkten. Champions League ist ja auch das Minimalziel und die Meisterschaft kämpft man aktuell vom Punkteabstand erstmal noch nicht mit. Dafür muss es eben nochmal besser laufen, aber Leipzig ist oben mit dabei, genau dort wo man hin will und der VfL Wolfsburg, der war ja zumindest mal zum Saisonstart auch oben mit dabei. Aber die letzten Wochen lief es nicht mehr gut bei den Wölfen, die letzten Spiele konnte man allesamt nicht gewinnen, unter anderem eben zuletzt mit diesem 0 zu 4 bei Gladbach. Und ich frage mich dann schon, woran das bei Wolfsburg liegt, denn für mich steckt da wirklich eine hohe individuelle Qualität in der Mannschaft. Das ist ein guter Kader, eigentlich ja auch mit Niko Kovac, dem Trainer, der ihn mit zusammengestellt hat und dann wundert schon, dass das bislang eher nur für das graue Tabellenmittelfeld ausreicht. Und auch in diesem Spiel ist für mich Leipzig der klare Favorit. Leipzig wird auch hier gewinnen und zwar am Ende mit 3 zu 1. Bremen gegen Leverkusen ist dann auch nochmal im Programm am Samstag Nachmittag und das wird auf jeden Fall spannend meiner Meinung nach, wie eben Werder Bremen mit Bayer Leverkusen umgehen wird. Denn Werder hat ja zuletzt 2 zu 2 gespielt gegen Eintracht Frankfurt, also auch gegen eine spielerisch sehr, sehr starke Mannschaft hat man es geschafft, einen Punkt zu holen und das ja, obwohl man am Ende sogar enttäuscht war. Denn Bremen führte ja gegen Frankfurt lange Zeit mit 2 zu 0, hat es dann aber innerhalb von kürzer Zeit aus der Hand gegeben und dann doch nicht einen wichtigen Heimsieg gefeiert. Damit hätte man endgültig zumindest mal für eine kurze Zeit den Abstiegskampf hinter sich lassen können. So steht man auf Platz 12, ist 4 Punkte weg vom Relikationsplatz, muss also weiter ein bisschen aufpassen und jetzt kommt auch noch Bayer Leverkusen. Leverkusen hat bislang, ihr kennt die Leier aus jedem Video über mir in der Vorschau, er ist in einem Spielpunkte liegen lassen, das war das Ding gegen Bayern bei dem Unentschieden, alle anderen 10 Partien konnte man gewinnen. Das ist schon wirklich der absolute Wahnsinn, da ist eben auch die Frage, wann lässt Leverkusen wieder Punkte liegen, gegen wen und wann gibt es vielleicht nochmal die erste Saison Pleite. Gibt sie gegen Werder Bremen? Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, denn Leverkusen bringt eine solche hohe Qualität mit, sowohl im Defensivbereich, aber auch erst recht im Offensivbereich, wo ich mir dann schon die Frage stelle, wie wird überhaupt Bremens Defensive damit klarkommen. Für mich ist Leverkusen der klare Favorit und sie werden auch deutlich im Weserstadion gewinnen mit 4 zu 1. Jetzt kommen wir dann zum Topspiel der Woche, zumindest mal dann von der Anstoßzeit her, aber rein tabellarisch ist es auch durchaus ein Top-Duell. Eintracht Frankfurt gegen den VfB Stuttgart, siebter gegen dritter, 6 Punkte trennen die beiden Teams und das ist schon wirklich beeindruckend, in welche Richtung sich vor allem auch der VfB Stuttgart aktuell entwickelt. Denn die Schwaben brechen nicht ein. Sie halten konstant diesen Tabellenplatz 3, haben jetzt schon 24 Punkte auf dem Konto und spielen auch einfach einen richtig guten Fußball. Vor der Pause gab es ja den 2 zu 1 Sieg gegen Borussia Dortmund. Da muss man sich natürlich auch schon fragen, warum man das nicht deutlicher gewonnen hat, denn da hätte man 4, 5 Tore schießen können, wenn nicht sogar müssen. Da muss der VfB auf jeden Fall nochmal rankommen und das muss man sicherlich auch dann nochmal ändern bezüglich der nächsten Wochen, wenn man eben auch oben stehen bleiben will. Denn auch Eintracht Frankfurt ist eine Mannschaft, die sehr gut drauf ist, die in den letzten Wochen kein Spiel mehr verloren hat und ich glaube nicht, dass du dir da so viele vergebene Chancen leisten kannst wie gegen den BVB, wenn du eben hier dreifach punkten möchtest. Die SGE hat ja zuletzt gegen Werder Bremen wie angerissen 2 zu 2 gespielt. Das war sicherlich nicht das beste Auswärtsspiel, aber auch da hat man dann phasenweise gezeigt, was man kann. Punkt geholt, konnte man sicherlich dann erstmal noch ganz gut mit leben. Frankfurt kämpft als Tabellen 7. Aktuell um die Plätze 5 bis 6. Die sind eben nur 2, 1 respektive 3 Punkte weg und damit kann man sicherlich erstmal als Ausgangslage zufrieden sein. Jetzt gegen Stuttgart wird es auf jeden Fall ein schwieriges Heimspiel. Ich sehe beide Mannschaften ungefähr dann in diesen 90 Minuten auf einem Niveau und deswegen tippe ich hier auf ein Unentschieden 2 zu 2. Kommen wir zu den Sonntagsspielen und dort haben wir dreimal Abstiegskampf mit dabei und einmal natürlich damit auch im direkten Duell Heidenheim gegen Bochum. 13. gegen 14. 10 Punkte gegen 9 Punkte. Aufsteiger gegen vorjahres mal wieder geretteter Aufsteiger. Also Bochum ist ja jetzt zum dritten Mal in Folge in der Bundesliga mit dabei. Und dieses Jahr ist aber ja womöglich auch erneut Abstiegskampf angesagt. Zumindest mal bis jetzt. Ein Drittel der Saison ist rum, Bochum steckt unten drin. War sicherlich auch so zu erwarten und man kämpft sich peu a peu da unten jetzt nicht zwingend raus, aber zumindest mal so sehr rein, dass der Glaube zumindest da ist, die Klasse halten zu können. Es gab ja zuletzt das 1 zu 1 Unentschieden gegen den 1. FC Köln und da war mehr drin. Ich war ja selber vor Ort in Bochum, hatte das Gefühl, die Mannschaft hatte einen wirklich klaren, guten Plan von Letzsch an die Hand bekommen. Das war fußballerisch gut, das war kämpferisch gut. Am Ende hast du einfach zu wenig Tore gemacht und das ist und bleibt das große Bochumer Problem. Sie machen zu wenige Tore. Heidenheim wiederum ist für mich eine Mannschaft, die echt gut Tore machen kann. Da ist vielleicht eher die Defensive das Problem. Gegen die Bayern hat man zwei Boden geschossen, vier kassiert. Aber gut, eine Pleite in der Allianz Arena, das darf natürlich dann auch mal passieren. Der FCH steht auf Platz 13. Das ist bisher eine super Platzierung. Auch Bochum würde sicherlich am Ende mit Platz 14 zufrieden sein. Beide sind aber eben auch nur knapp über den Abstiegsplätzen dabei. Auch deswegen hat dieses direkte Duell natürlich eine umso krassere Bedeutung, weil wer hier gewinnt, der macht erstmal einen kleinen Schritt unten raus, hat erstmal ein bisschen Ruhe, kann ein bisschen durchschnaufen und der andere steckt eben richtig tief drin. Und genau da sehe ich Heidenheim einfach einen Ticken stärker, sogar einen Ticken abgezockter, erst recht in der Offensive. Und deswegen sage ich, gewinnt der Aufsteiger gegen Bochum mit 2 zu 1. Zum Abschluss an diesem 12. Spieltag spielt dann noch die TSG Hoffenheim gegen Mainz 05. Das waren für mich vor der Saison-Zimmermannschaften, die ich beide eher im sicheren Tabellenmittelfeld erwartet habe. Nun nach 11 Spieltagen ist Hoffenheim im Kampf um Europa mit dabei, Mainz im Kampf um den Abstieg und somit verschiedene Vorzeichen. Die TSG hat ja zuletzt 1 zu 1 gespielt gegen Augsburg, ist damit auch weiterhin auswärts ungeschlagen und steht auf einem richtig guten 6. Tabellenplatz. Was mich dort beeindruckt, ist auch die Spielweise von Matarazzo, teilweise mit Bülter und Bebu als Flügelspieler, als Schienenspieler zu agieren, sehr viele Offensive auf dem Platz zu haben. Das ist schon wirklich schön anzusehen, sogar rein fußballerisch. Und deswegen steht Hoffenheim auch vollkommen verdient oben drin. Mainz unter den neuen Trainer, Interimstrainer Jan Siebert, hat er bislang 4 Punkte geholt aus diesen 2 Partien. Damit schon mehr als an den ersten 9 Spieltagen. Man ist damit aktuell 16. mit 7 Punkten. Und vor allen Dingen, was man sagen muss, Jan Siebert hat es geschafft, die Defensive von Mainz zu stabilisieren. Man hat gegen Leipzig das geschafft, eben zu gewinnen, plus zu 0 zu spielen. Gegen Darmstadt gab es das 0 zu 0, was offensiv jetzt kein Spektakel war, defensiv aber wieder Stabilität reingebracht hat. Und genau damit kannst du sicherlich auch gegen Hoffenheim etwas holen. Hier ist mein Tipp 1 zu 1 am Ende. Und somit sind das meine Prognosen für diese neuen Spiele. Und genau so würde dann auch die Tabelle aussehen. Leverkusen bliebe 1. weiterhin vom FC Bayern München. Er hat noch weiterhin 2 Punkte Vorsprung. Neuer 3. wäre dann allerdings Elbe Leipzig vor dem Vorhof bis Stuttgart. Dortmund bliebe 5. Hoffenheim 6. Dahinter hätten wir Frankfurt, Freiburg und Augsburg. Gladbach auf der 10. Wolfsburg auf der 11. Punkt gleich mit Heidenheim. Bremen wäre dann 13. Damit wäre auch dort sicherlich der Abstiegskampf angesagt. Mit eben dann Bochum, Mainz, Darmstadt und Jum Berlin und Köln. Alle nah beieinander. Und somit bleibt es auf jeden Fall in meiner Prognose auch weiterhin extrem spannend in der Fußball-Bundesliga. Und jetzt könnt ihr mal gerne eure Meinung zu meinen Tipps und eure Tipps in die Kommentare schreiben. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut. Ciao. Und bleibt am Ball. Bis zum nächsten Mal.